hallo meine lieben freunde und willkommen zu dieser eventwoche im gta online und zwar hinter mir seht ihr schon den wagner neue podiumfahrzeug diese woche schickes auto kann man sich schon mal geben wenn man es gewinnt also ich bin immer noch so weit ich habe immer noch kein auto am glücksrad gewonnen pech gehabt des weiteren kurze informationen wir machen diese woche noch mal einen cash card verlosung dazu wieder einfach daumen nach oben abonnieren sollte er abonnent soll das sein und dazu in die kommentare einfach mal hashtag gta online ich werde das ganze auch noch mal unten als gepinnten kommentar anfügen so die letzte woche war ja deftig mit rabatten und ja diese woche ist gut aber nicht ganz so gut also diese woche wie gesagt das podiumfahrzeug ist der wagner wir haben als verdienmöglichkeiten stockpile rennen im dreifach rp und gta dollar die luftfracht ist im doppel sale also doppel gta und rp kann man ja wenigstens mal wieder ein bisschen eine verdienstmöglichkeit die sich so halbwegs sehen lassen kann des weiteren haben wir diese woche im angebot die hangar waren ja letzte woche auch schon im angebot ja gut wir haben diese woche noch die renovierungskosten dazu sind auch zu 50 prozent reduziert dazu haben wir noch die garagen in 50 prozent also wer noch keine garage hat kann sich diese jetzt die woche relativ günstig anschaffen ja hier ist die also 50 prozent kann man die hangars immer noch als ich habe in der letzten woche diese gekauft also ich habe jetzt in der letzten woche von allen sachen eins angeschafft weil die war ja relativ günstig die woche so was haben wir noch wir haben noch die das ultralight also wer noch kein flugzeug hat und gern mal mit so einem segel glider rum her fliegen will der ist sogar kostenlos diese woche also wer platz hat kann sich die einfach mal irgendwo einstellen dann ist das schon relativ easy weil vor allem auch kostenlos autos haben wir aktuell nicht so viele im angebot wir haben den t20 wo ist denn da den progen t20 mit dürften 40 prozent sein den osiris haben wir drin das sind glaube ich aber bloß 30 prozent also das ist relativ wenig aber ich meine gut die haben wir die letzte woche relativ viel rausgeballert von dem her kann man kann man sich das schon mal geben wie gesagt wir haben die hangar im angebot für 50 prozent günstiger die renovierungskosten im hangar auch für 50 prozent renovierungskosten wir haben die garagen mit 50 prozent im kaufen also nicht die renovierungskosten sondern halt nur im kaufen haben die luftfracht als doppel rp und doppel gta dollar und die stockpile rennen im dreifach rp und gta dollar gut und dann würde ich mich auf jeden fall wieder freuen wenn ihr mir würde in die kommentare schreibt wer dieses auto hat wer es vielleicht eventuell gewonnen hat und so da würde ich mich definitiv darüber freuen und jetzt noch mal kurz zu dem gewinnspiel was ich am anfang schon erwähnt habe in die kommentare hashtag gta online ihr müsst abonnent sein und ihr solltet das video auch liken und ich werde dann wieder am sonntag wieder ziehen und werde diese ziehung dann quasi wieder aufnehmen und in der nächsten woche zur event woche also nächste woche donnerstag werde ich dann diese ziehung wieder hinten an das video anschneiden und da könnt ihr dann immer sehen ob ihr gewonnen habt gut ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns nächste woche wieder bis dahin ciao